Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Fick! 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 Fick sie richtig Ich wollte nie zur Schule gehen Ich wollte lieber Fernsehen sehen Statt blöde Summen zu addieren Zu subtrahieren und zu dividieren Das gerechne kann man sich schenken Warum soll ich denn noch so viel denken Wozu sich noch mit Zahlenquellen Es gibt doch Maschinen zum Geld zählen Fick! 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 Mathematik Fick! 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 Fick sie richtig Fick! 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 Mathematik Fick! 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 Fick sie richtig Fick! 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 Mathematik Algebra ist gar nicht wichtig Fick! 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 Fick sie richtig Ich wollte nie zur Schule gehen Wurzelrechnung Mengen Integrale Geometrie und diese Quotienten sind doch später tot, das scheißegal Heute meine Mondwinkel und ich bin auf dem Weg zur Schule Augenrot sowie Tomaten, kurz, aber ich LMS in meinem Walkman-Hure Was für Algebra, Bitch, ich kenn nur Straßenmathematik, rechnen, lernst durch Hasche und Grastik Mich legst auf die Waage und du bezahlst mich Ständig müssen wir Tests schreiben, der Lehrer reibt sich, wenn wir leiden Ich sprech nur aus, was alle denken, den Mathe scheiß kann, kann man sich schenken Fick, 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 Mathematik Fick, 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 Fick sie richtig Fick, 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 Mathematik Algebra ist gar nicht richtig Ich kam damals in die Schule, doch leider drei Wochen zu spät Mein Lehrer meinte, wer bist du, dann ich sag, was willst du mir erzählen Packte meinen Kranzen voller Drogen, damals war ich gerade mal 15 Schmiss meinen Stuhl aus dem Fenster und meinte, ciao Jurentöne 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4 Der muss ich nicht wissen, ja, das reichte mir Wozu sich denn noch mit Zahlen quälen? Es gibt doch Maschinen zum Kohlezählen Und es gibt so viel Besserwisser, die alles besser wissen Diese Besserwisser, die sollen sich verbissen Sollen sich im Mathezirkel mal zusammenrotten Haben gute Zensuren, aber scheiß Klamotten Fick, 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 Mathematik Fick, 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 Fick sie richtig Fick, 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 Mathematik Algebra ist gar nicht wichtig Fick, 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 Fick sie richtig Fick, 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 Fick Algebra ist gar nicht wichtig Für die Bedingung Geld habt ihr trocken, mich zu gestern Nein Für die Bedingung Geld habt ihr trocken, mich zu gestern Nein ARD Text im Auftrag von Funk